In Monaco haben wir gesehen, auch da lief es für Red Bull nicht perfekt. Die Alarmglocken schrillen so ein bisschen und Max Verstappen hat nach dem Rennen selber gesagt, also das Podium hatten wir heute nicht verdient. Die Konkurrenz holt auf. War das jetzt so ein kleines Formtief, streckenspezifisch? Oder haben wir jetzt wirklich ernsthafte Gegner für Red Bull mit Ferrari und McLaren? Also die Ferrari-Stärke in Monaco war ein bisschen absehbar. Aber dass McLaren inzwischen ganz vorne dabei ist, das haben wir ja auch hier schon mal besprochen und auch klar definiert, die sind auf Augenhöhe und zwar mit beiden Fahrern. Das gleich ganz, ganz wichtig, sowas zu bemerken, denn ein Piastri und ein Norris gegen einen Verstappen, das ist für Verstappen fast nicht zu managen, auch wenn es ein ganz normales Rennen ist. Ja, ich glaube, die Konkurrenz hat aufgeholt. Es ist natürlich so, dass der Red Bull jetzt da ein paar spezielle Schwächen hatte, die er vielleicht an der einen oder anderen Strecke auch noch hat. Und so, ich sage jetzt mal langsam, wird er wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal werden. Aber wenn die Konkurrenz dran ist, ist natürlich auch Red Bull gezwungen, nicht da so in einer Spazierfahrt vorneweg zu fahren, sondern man ist gezwungen, auch wirklich ans Limit zu gehen. Man darf keinen Fehler mit der Strategie machen. Man muss immer auch, ich sage mal, die letzten paar Zehntel, die sind nicht von selbst da. Die muss man sich erarbeiten. Und das ist schon sehr spannend. Das ist kein Spaziergang mehr für Red Bull. Von hier an, glaube ich, kann man das ganz klar sagen. Das sieht man ja auch, wenn wir uns die Zahlen in der WM-Wertung anschauen. Nur noch 31 Punkte, also nur in Anführungszeichen in der Fahrerwertung, 24 in der Konstrukteurswertung. Gerade für Letztere wäre es natürlich ganz gut, wenn man zwei Fahrer hätte, die da vorne dabei sind. Aber bei Paris ist jetzt schon langsam wieder so die Begeisterung der ersten Rennen abgeflacht. Ja, schau mal, der Paris hat ja vergangenes Jahr, so hat man es ja gesehen, eigentlich eher so ein psychologisches Problem gehabt, dass er also nicht mehr an sich geglaubt hat. Und deswegen hat das Team ihn ja doch gut unterstützt. Dann hat er ihn also nicht irgendwie mit dem Reisigbesen da in die Ecke gestellt, sondern man hat immer wieder ihm gut zugesprochen und wir wissen, was er kann. Und der Christian Horner hat jetzt in Monaco auch gesagt, ja, ja, also auch nochmal auf den Unfall zurückzukommen. Ja, da hat Paris überhaupt nichts dafür. Der Magnussen gehört gesperrt. Ja, klar sagt er das, weil er seinen Fahrer Paris natürlich ein bisschen in Watte packen muss. Nicht, dass der wieder in so ein Formtief fällt wie Mitte vergangenes Jahr. Und ich würde mal so sagen, vergessen wir Monaco. Das war wirklich nicht gut von Paris. Und schauen, wie er dann in Kanada performt, ihn auszutauschen, ist praktisch unmöglich, auch im Hinblick auf die WM. Nächstes Jahr ist eine andere Sache, da können wir drüber reden. Aber ich glaube, jetzt muss Red Bull einfach nur versuchen, dem Paris das Leben so leicht wie möglich zu machen, dass er wieder zu seiner Normalform findet. Das heißt, insgesamt können wir sagen, uns erwartet jetzt vielleicht doch noch eine spannende WM, als wir zu Saisonbeginn vielleicht gedacht haben. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Das wird im Vergleich zum letzten Jahr ein richtig schwieriges Jahr für Red Bull. Und Verstappen hat natürlich das Zeug, durch seine Extraklasse das trotzdem zu wuppen. Aber so zwei Youngsters, die jetzt da bei McLaren ihm auf den Fersen sind, also die abzuschütteln wird nicht leicht. Und so einulussegbundet. Untertitelung des ZDF, 2020